Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Beispiel? Hallo Peter, wie geht's? Tag Susanne, ach du, leider nicht so gut. Oh, das tut mir aber leid. Was ist los? Naja, im Moment habe ich total viele Probleme. Aber wie geht es dir denn? Mir geht es super, danke. Hallo Peter, wie geht's? Tag Susanne, ach du, leider nicht so gut. Oh, das tut mir aber leid. Was ist los? Naja, im Moment habe ich total viele Probleme. Aber wie geht es dir denn? Mir geht es super, danke. Guten Morgen, Frau Kelek. Gut, dass ich Sie hier treffe. Bitte gehen Sie gleich ins Personalbüro. Frau Schneider hat eine Frage wegen Ihrer Kontonummer. Ach, und ich habe mich schon gefragt, warum ich mein Geld nicht bekomme. Danke, da gehe ich gleich hin. Gut, alles klar. Guten Morgen, Frau Kelek, bitte gehen Sie gleich ins Personalbüro. Frau Schneider hat eine Frage wegen Ihrer Kontonummer. Ach, und ich habe mich schon gefragt, warum ich mein Geld nicht bekomme. Danke, da gehe ich gleich hin. Gut, alles klar. Nummer 2 Hallo Natascha. Tag Pablo. Was ist los? Du warst heute gar nicht im Sprachkurs. Ja, ich hatte leider einen Arzttermin. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause. Mein Sohn kommt gleich vom Schwimmkurs. Kann ich dich heute Abend anrufen? Ich brauche noch die Hausaufgaben. Ja, klar. Ruf mich an. Bis dann. Bis später. Hallo Natascha. Tag Pablo. Was ist los? Du warst heute gar nicht im Sprachkurs. Ja, ich hatte leider einen Arzttermin. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause. Mein Sohn kommt gleich vom Schwimmkurs. Was? Kann ich dich heute Abend anrufen? Ich brauche noch die Hausaufgaben. Ja, klar. Ruf mich an. Bis dann. Bis später. Nummer 3 Ja, also die Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie hoch sind denn die Nebenkosten? Die Nebenkosten? Im Moment ungefähr 150, denke ich. 150 Euro? Das ist ja ganz schön viel. Ja, aber dann ist schon alles dabei. Na gut. Ich nehme die Wohnung. Wunderbar. Dann machen wir gleich einen Mietvertrag. Ja, also die Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie hoch sind denn die Nebenkosten? Die Nebenkosten? Im Moment ungefähr 150, denke ich. 150 Euro? Das ist ja ganz schön viel. Ja, aber dann ist schon alles dabei. Na gut. Ich nehme die Wohnung. Wunderbar. Dann machen wir gleich einen Mietvertrag. Nummer 4 Hallo, Bülent. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Ach, danke. Ganz gut. Und dir? Naja, so lala. Aber wenigstens habe ich heute Abend was Nettes vor. Ich gehe mit Freunden ins Kino. Wir schauen uns den neuen Film von Fatih Akin an. Möchtest du vielleicht mitkommen? Ja, warum nicht? Wann denn? Wir treffen uns um sieben am Kinozentral. Der Film geht um halb acht los. Okay. Dann um sieben am Zentral. Bis dann. Bis dann. Hallo, Bülent. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Ach, danke. Ganz gut. Und dir? Naja, so lala. Aber wenigstens habe ich heute Abend was Nettes vor. Ich gehe mit Freunden ins Kino. Wir schauen uns den neuen Film von Fatih Akin an. Möchtest du vielleicht mitkommen? Ja, warum nicht? Wann denn? Wir treffen uns um sieben am Kinozentral. Der Film geht um halb acht los. Okay. Dann um sieben am Zentral. Bis dann. Bis dann. Nummer fünf. Guten Tag, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen denn? Leider gar nicht gut. Ich habe seit drei Tagen Kopfschmerzen. Haben Sie auch Fieber? Ich glaube nicht. Gut. Dann schreibe ich Ihnen mal ein Rezept. Wenn es nicht besser wird, kommen Sie bitte in zwei Tagen wieder. Guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen denn? Leider gar nicht gut. Ich habe seit drei Tagen Kopfschmerzen. Haben Sie auch Fieber? Ich glaube nicht. Gut. Dann schreibe ich Ihnen mal ein Rezept. Wenn es nicht besser wird, kommen Sie bitte in zwei Tagen wieder. Nummer sechs. Die Fahrkarten bitte. Äh, Moment. Wo habe ich die nochmal? Ah ja, hier ist sie ja. Dann brauche ich bitte auch noch Ihre Bahncard. Sofort. Hm, sofort. Wo ist die denn schon wieder? Oh nein. Ich glaube, die habe ich zu Hause vergessen. Aber ich kann Ihnen meinen Reisepass zeigen. Die Fahrkarten bitte. Äh, Moment. Wo habe ich die nochmal? Ah ja, hier ist sie ja. Dann brauche ich bitte auch noch Ihre Bahncard. Hm, sofort. Wo ist die denn schon wieder? Oh nein. Ich glaube, die habe ich zu Hause vergessen. Aber ich kann Ihnen meinen Reisepass zeigen. Beispiel. Achtung! Eine Durchsage. Die kleine Tanja Schwarz sucht ihre Eltern. Die Eltern von Tanja kommen bitte sofort zur Information in der zweiten Etage. Tanja wartet hier auf Sie. Nummer sieben. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im ICE nach Köln über Hannover und Hamm. Kommen Sie doch zu einem Feierabendbierchen in unser gemütliches Bordbistro. Wir haben auch warme Suppen und leckere Snacks im Angebot. Unser Team begrüßt Sie gerne. Nummer acht. Achtung, Achtung! Der Wagen mit dem Kennzeichen BEP2009 blockiert ein anderes Auto. Der Fahrer des Wagens BEP2009. Fahren Sie bitte sofort Ihr Auto weg. Nummer neun. Herr Sveresson, gelandet mit Flug LH 7345 aus Oslo. Bitte kommen Sie sofort zum Informationsschalter in Halle A. Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Herr Sveresson, bitte zur Information in Halle A. Nummer zehn. Verehrte Fahrgäste, wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass im gesamten Zug nicht geraucht werden darf. Das gilt auch für die Toiletten. Ich wiederhole, bitte beachten Sie das absolute Rauchverbot im ganzen Zug. Nummer zehn. Nummer elf. Hallo Carla, Jakob hier. Schön, dass du zu meiner Party kommen kannst. Ich habe nicht so viel Zeit, deshalb bringen alle etwas mit. Jetzt habe ich nur ein Problem. Es gibt schon ganz viele Kuchen und Salate, aber noch keine Suppe. Könntest du vielleicht eine Suppe kochen? Könntest du vielleicht eine Suppe kochen? Tausend Dank und bis dann. Ich freue mich schon. Nummer zwölf. Grüß dich, Svenja. Du, ich rufe nochmal an wegen unserem Wochenende. Also, du willst ja nach München. Aber das ist mir echt zu teuer. Und da habe ich jetzt im Internet ein tolles Angebot gefunden für ein Wochenende in Köln. Das ist doch auch eine interessante Stadt. Und die Kölner sind doch immer so lustig. Da müssen wir von Hannover aus auch nicht so lang im Zug sitzen. Ruf mich bitte schnell zurück. Grüß dich, Svenja. Du, ich rufe nochmal an wegen unserem Wochenende. Also, du willst ja nach München. Aber das ist mir echt zu teuer. Und da habe ich jetzt im Internet ein tolles Angebot gefunden für ein Wochenende in Köln. Das ist doch auch eine interessante Stadt. Und die Kölner sind doch immer so lustig. Da müssen wir von Hannover aus auch nicht so lang im Zug sitzen. Ruf mich bitte schnell zurück. Nummer 13 Guten Tag, Frau Kolle. Ossendorfer hier. Ich muss dringend noch mit Ihnen sprechen. Es geht um die neue Informatikerin. Wer zeigt ihr die Firma und wer stellt sie den Kollegen vor? Sie hat am Montag ihren ersten Arbeitstag. Bitte rufen Sie mich heute Donnerstag noch an. Ich bin sicher bis 18 Uhr her. Guten Tag, Frau Kolle. Ossendorfer hier. Ich muss dringend noch mit Ihnen sprechen. Es geht um die neue Informatikerin. Wer zeigt ihr die Firma und wer stellt sie den Kollegen vor? Sie hat am Montag ihren ersten Arbeitstag. Bitte rufen Sie mich heute Donnerstag noch an. Ich bin sicher bis 18 Uhr her. Nummer 14 Hallo Saskia, ich bin's, Marlene. Ich freue mich schon sehr auf unser Treffen heute. Aber leider kann ich erst um sieben kommen und nicht schon um sechs. Meine Mutter passt ja auf das Baby auf. Aber sie hat vorher noch einen Arzttermin. Und mein Mann arbeitet wie immer bis spät. Also, dann bis um sieben im Parkcafé. Hallo Saskia, ich bin's, Marlene. Ich freue mich schon sehr auf unser Treffen heute. Aber leider kann ich erst um sieben kommen und nicht schon um sechs. Meine Mutter passt ja auf das Baby auf. Aber sie hat vorher noch einen Arzttermin und mein Mann arbeitet wie immer bis spät. Also, dann bis um sieben im Parkcafé. Nummer 15 Hallo Schatz, ich bin's. Du, ich muss heute noch länger im Büro bleiben. Bist du so lieb und kaufst was fürs Abendessen ein? Ein bisschen Brot und Käse reicht schon. Und vielleicht auch einen Salat? Ich will nicht schon wieder Pizza essen. Und Nudeln kann ich auch nicht mehr sehen. Küsschen, bis später. Hallo Schatz, ich bin's. Du, ich muss heute noch länger im Büro bleiben. Bist du so lieb und kaufst was fürs Abendessen ein? Ein bisschen Brot und Käse reicht schon. Und vielleicht auch einen Salat? Ich will nicht schon wieder Pizza essen. Und Nudeln kann ich auch nicht mehr sehen. Küsschen, bis später. Das war die